wir haben ja wo neu das die ja 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 Coolmush Coolmush So. Mal gucken. Ne funktioniert immer noch nicht. Hä? Habe ich irgendwas verpennt? Hä? 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 halt auf hart rennen die einfach durch die tür durch so als wäre sie nie da gewesen ich hab's gehört ich hab's gehört wir sind jetzt bei 4 ok bastian schuh danke für dein follow die bräuchte ich eigentlich gar nicht an ecken das heißt wenn ich hier ein controller hin hau und hier den tank müsste es eigentlich gehen jetzt machen wir es anders herum warum funktioniert die nicht ah da moin na alles klar bei dir verstehen nicht alle warum die jetzt nicht funktionieren will nicht doof selbst wenn ich den tank da hinsetze die will noch ganz ok abgesehen davon dass ich grad die scheiß smeltery nicht zum laufen bringen und ich nicht weiß wieso ich habe hier was vergessen hier ist ich hab's gerade nicht wieso geht die nicht ich bin da gerade irgendwie zu doof glaube ich 10.000 mal gebaut und doch fehlerhaft kapier ich gerade echt nicht boah ich glaube ich muss fennstoff machen ich schwitze wie sau wieso will die jetzt nicht funktionieren ich hab doch da ich hab ein video auf alter aber das will nicht 3 x 3 noch alter ich hab 4 x 4 stimmt gar nicht ich hab 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 wieso will die nicht funktionieren müssen wir jetzt ein anderes botpack suchen wo es wieder funktioniert oder was probieren wir es halt nochmal anders den auch noch raus und alles mal eins hoch setzen da funktioniert es nicht der witz ist ich habe hier gerade nebenbei ein tutorial am laufen weil es ist echt nicht mehr raff wieso die nicht funktioniert und es funktioniert trotzdem nicht hm komisch ich habe hier das gerade echt nicht habe ich da irgendwo ein grain dran oder so das hier ist ja eigentlich irrelevant hm also das ganze ding nochmal abreißen meine fresse meine fresse da hast du schon alle materialien funktionieren wir es trotzdem nicht vorkomisch machen wir uns halt erstmal eine ganz kleine oder vielleicht die stimmen dem modpack noch nicht so erweitert dass die auf die größe geht das könnte auch sein aber dann hä alter seht ihr gerade wie viele monge da draußen rumlaufen brutal so 1 2 3 4 ok das heißt wir machen jetzt mal eine 3 mal 3 mit controller und hm gibt es ja nicht warum funktioniert die nicht meine fresse so ein scheiß würde mich jetzt echt mal interessieren wieso die nicht geht die nicht nicht sie sie sagen ja sie stelle es ist nicht sie 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 wieso will die nicht funktionieren machen wir es halt noch kleiner was dir eigentlich fast kaum noch leistung bringt voll komisch ich höre die spinnen komisch jetzt geht sie echt seltsam Philips1624 danke für dein Follower kann man mitspielen auf dem Projekt grad leider nicht weil das ist weil das nicht auf dem Server läuft und ich da eigentlich grad kaum Zeit dafür hab geht das leider nicht dann müsstest du warten bis ich wieder ein neues Projekt anfangen und das kann dauern jetzt habe ich noch 18 Steine oh scheiße irgendwie habe ich das Gefühl dass das hier katastrophal enden kann ja ich höre schon die Spinnen ich schiebe schon Paranoia ich höre euch du halte sehe euch nun nicht so aber jetzt haben wir wenigstens mal die scheiß smeltery fertig Gott sei dank wir haben es geschafft das kann raus Sunstone kann raus ich ich